Und hoi, ich bin Chloé und ich bin Chelsea und zusammen sind wir Closy. Ja, wir haben heute unsere erste Vlog auf Schweizerdeutsch und es ist eine Challenge. Genau. Es geht darum, dass wir immer zwei Sachen zur Auswahl haben. Und darum, ja, ich muss immer auswählen, was man lieber hätte oder lieber machen. Ja, intuitiv oder aus bestimmten Gründen einfach, was möchtest du lieber? Und wir fangen gleich an. Also, würdest du eher ins Gefängnis gehen für 5 Jahre und 5 Millionen Dollar bekommen? Oder gar nie reich werden? Weil gar nie reich werden. Ja. Ich bin in die aufgeschrieben und habe mich darüber nachgedacht. Und ich habe nicht gedacht, dass Zeit für mich wichtiger ist als Geld. Mehr werden ist doch Zeit. Weisst du, dass dann die 5 Jahre verschwendet werden? Du gehst auch lieber. Ja, und ebenso kannst du arbeiten und sonst hängt dich immer. Und du kannst dir trotzdem etwas gönnen. Ja. In 5 Jahren. Ja. Es wird passieren in den 5 Jahren. Ja. Was ist das? Ähm, würdest du eher in einem Land leben, das nur Sommer oder nur Winter hat? Nur Sommer, definitiv. Du? Ich eigentlich auch, ja. Aber wenn ich nachher wirklich das ganze Jahr so 45 Grad hätte, hätte ich zum Schafenstück recht scheisse. Ja, das stimmt. Das ist dann alles mega runtergekommen. Aber wenn es nicht mehr Winter ist, dann ist es so düster und so, dann würde ich glaube nach mehr Jahren bleiben. Ja. Nach mehr. Ja, das ist wirklich mega gestimmt. Ja, das ist wirklich mega gestimmt. Nein, definitiv Sommer. Du? Ähm, würdest du lieber einen Tagesshopping-Trip gewinnen? Oder zwei Wochen Ferien? Zwei Wochen Ferien? Ja, wirklich, wirklich. Wir müssen über den Kopf kümmern. Genau, definitiv. Aber ich kenne Leute, die lieber zum Schopen würden. Es geht generell so. Ja. Ich glaube, es würde schon Leute geben, die andere nicht mehr kennen. Ja, ja. Ich glaube schon. Es gibt ja Leute, die einfach nicht gerne weggehen. Die gehen dann in den Ferien gehen. Ja, okay. Dann haben wir noch ein anderes Geld. Sorry. Wärst du lieber das ganze Leben Paronide oder das ganze Leben naiv? Ja. Ich werde naiv. Ja. Ich glaube, du liest weniger, weil du merkst, dass ich gar nicht. Ja. Da liest du immer mit Angst und so. Ja, genau. Ja, genau. Ja, nein. Ja, und Angst. Und auch über Misstrauisch und das so. Mhm. Nein, naiv. Das ist gut. Entschuldigung, passt schon. Ähm. Wirst du lieber fliegen können oder unsichtbar sein? Können unsichtbar sein? Können unsichtbar sein? Das sind wir für. Scheiße. Was hast du gefehlt? Ja, ich bin lieber so lange an uns die Frau bestragen. Ähm. Ich würde lieber lieber unsichtbar sein. Und sichbar sein. Ja, fliegen können wir irgendwie gerne. Ja, wir wollen es gleich lang. Ja. Und es klingt sehr verlockend. Es klingt wirklich super cool. Aber ich glaube, im Alltag ist es so. Du brauchst es mehr. Ja, du kannst es mehr einsetzen. Und sichbar sein. Ja. Und wir können so fliegen nicht auf. Ja, einfach. Oder dass das Eihorn ist. Ja, ja. Ja, ja. Wir können aber auch mit den Matlöfen. Ja, ja, ja. Ja, aber auch mit dem Futter. Nein. Unsichtbar. Du kannst so YouTube spionieren. Ja. Das geht. Ja. 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 Nein. Und ja. Ich denke, wenn es zum Beispiel eine blöde Situation ist. Entweder, wenn dir etwas mega peinlich ist. Und wenn du Angst hast. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Das wäre super. Würdest du lieber jedes Instrument spielen oder jede Sprache sprechen? Jede Sprache? Ja. Auch jede Sprache. Ist ja mega cool. Einfach, weil es so schwer ist. Und ich würde es gerne über können. Und es gibt halt Verständungen. Ja. Ich habe gehört, das ist eine Frage, ala. Bist du eher... Nein, das mit dem... Materiell und... Denkst du gewinnorientiert? Ja. Oder bist du eher nicht immaterielle Sachen interessiert? Welches ist immaterielle? Ja. Ein Instrument. Ein Instrument? Ja, aber du kannst immer so kürzer. Allein ist gut. Ja, aber es gibt Dinge. Man kann mit Musik auch alle Menschen erreichen. Die Musik ist die Sprache, die alle verstehen. Und die Sprache könntest du mega toll matchen. Du hast ja eigentlich mitgenommen für so berufliche Sachen. Ja, und wenn du reisen und so. Und du wirst alle verstehen. Ja. Ja, das ist entscheidend. Aber ich bin immer noch bei den Sprachen. Ja, definitiv. Aber wenn es zum Beispiel wäre, alle Sprachen können. Und ich hätte mega gut singen können. So kürzerweise. Ich hätte mega gut ein Instrument spielen können. Und dann würde ich singen. Ja, egal. Aber dann auch noch, wenn ich... Nein, ich bin nicht berühmt. Aber ich würde mich auch nicht trauen, sonst damit zu singen. Und nicht mehr Angst, dass ich spende. Ich meine, singen wir so oder so. Das wäre schon cool. Und das haben wir überall gesungen. Ja, das wäre aber cool. Weil es einfach anders leiden und so. Ja, wenn sie Geld hängen, dann habe ich reisen. Das ist noch nie passiert. Oder einfach gehen können. Und dann auch meine eigenen Sohn und Sohn und Sohn. Ja, das ist mega cool. Das würde ich auch gerne machen. Es ist lieber nie mehr Fleisch essen. Nie mehr. Oder wir müssen ein Tier dazu dazu. Also einmal? Einmal, ja. Ich meine, die, die nie mehr Fleisch essen. Ja, definitiv auch. Es ist ja schon nicht viel Fleisch. Ja, und sonst würde man mega dauer. Also ich würde nachher mega leiden. Wenn man mit deinem Hotdog oder so. Ja. Ja. Ähm. Ja, eben. Ich würde auch... Liebe Fleisch essen. ...Fegi werden. Aber ja, sonst ist ja nicht viel. Und Frau Mama, weisst du Hotdog? Es gibt irgendwann gute so Fakewürste. Bestimmt. Das machst du fast nicht. Aber ja, Fake-Curie. Aber ja, Fake-Curie. Ich würde gerne Vegetarier eigentlich. Warum? Ich würde wissen. Würdest du eher 50 Chicken Nuggets essen? Oder 6 Big Macs? 50 Chicken Nuggets. Ja. Big Mac habe ich gar nicht gerne. Wenn ich ganz so gerne kann, lieber Cheeseburger. Ja, ja, lieber Chicken. Aber der 50 ist schwore. Ja, Big Mac auch. Die sind top. Aber ich glaube, das mögt ihr 6 Big Macs. Wirklich? Ja. Komm, mach mal so eine Challenge. Na gut, wenn du schon sagst, kannst du es gerne. Okay, doch, doch. Du lässt sich 6 Big Macs mit 50 Chicken Nuggets. Ja. Aber Big Mac gar nicht gerne. Dann kann ich 6 Chicken Nuggets. Du musst meinen. Vielleicht. Machen wir mal. Wir könnten mal eine Challenge für den machen. Ja. Aber sie ist tief. Die haben mich zuerst auf den Schloss von sie mit. Ja. Wenn wir eine gute Stimme bekommen. Ja. 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 Wenn du etwas für die Challenge spandieren möchtest, einen Link unten drauf. Ja, wir nehmen Burger, Chicken Nuggets oder Gäse. Ja, wir nehmen alles. Ja, wir machen jetzt mal einen Vlog auf Schweizerdeutsch, um zu schauen, wie der ankommt. Und schaue doch einen Kommentar hinterlassen, ob ihr es gut von habt. Oder einen Daumen nach oben. Abonnieren. Ja. Tschüss. 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 Aber weisst du, ich singe manchmal, ich habe eine Zwiebel, aber ich bin ein Döner. Ja, ein Döner. Mach's schöner. Tschüss. Tschüss.